Hallo und herzlich willkommen bei uns im Ayula Living Hotel & Store, einem wunderschönen Hotel mitten der Grazer Altstadt. Seit wann gibt es uns? Seit Anfang 2019. Gebaut aus sieben alten Häusern. 46 Zimmer, drei Apartments. Viel Platz und viel Raum zum Wohlfühlen. Jedes Zimmer ist individuell gestaltet. Was bedeutet das? Design und Architektur. Alles ist anders und jedes Dekostück kann man bei uns tatsächlich auch mitnehmen. Schaut doch bei uns vorbei in unserem Ayula Store und genießt vorab ein paar schöne Stunden und Zeit im Ayula Living Hotel. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie.